Berlin, 11.11.2011, 11.11. Noch sind wir die Narren. Unter diesem Motto feiert die Occupy-Bewegung den Karneval der Empörten. Mit dabei sind viele Schafe. Doch das Schweigen der Lämmer ist vorbei. Laut Blöken trägt sich Widerstand. Gegen die Ungerechtigkeiten einer fehlgeleiteten Scheindemokratie im Kapitalismus. Gewürzt mit einer guten Krise Selbsthumor. Assembleia, Assembleia, Assembleia Moni Alba. Assembleia wird weit, Assembleia wird weit. Assembleia, Assembleia, Assembleia Moni Alba. Money, money, yes, yes, wirtschaft. Die Polizei und die Regierung haben Angst vor den Schafen und den Narren. Ist das nicht etwas lächerlich? Geld, 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 Geld Das war's für heute. Wir sind auch die Schafe und Narren, genau wie ihr. Wir haben uns jahrelang narren lassen. Ich habe gehört, Sie haben Verkehr jeden Abend mit Herrn Ackermann. Ich bin mit den Zinsen. Sie nehmen Zinsen, wenn sich Unternehmer und Privatmenschen Geld leihen bei Ihnen. Ich scheiß auf die Karriere, ihr stellt mich nicht kalt. Assemblea weltweit, Assemblea worldwide. Assemblea, Assemblea, Assemblea. Ich sehe offene Augen, offene Herzen. Wir teilen unsere Liebe, unsere Wut und unsere Schmerzen. Assemblea in den Schulen, in den Universitäten, in den Fabriken und Büros und in allen Städten. Assemblea weltweit, Assemblea worldweit, Assemblea, Assemblea, Assemblea Ruhal.